Ich bin der Emre Doku, bin 14 Jahre alt, spiele als Sechser. Meine bisherigen Vereine waren der SV Wandball, TSV Sondelfingen und der VfL Pulling. Jetzt spiele ich beim SSV Reutling. Die Mannschaftsziele von uns sind, unter den Top 3 zu kommen. Meine persönlichen Ziele sind, einfach jeden Tag besser am Fußball zu werden.